Zahnfleischerkrankungen sind weit verbreitet und kann in zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen F1 viertel rennen, wenn sie nicht rechtzeitig und angemessen behandelt werden. In diesem Video werden wir A1 viertel BER die Diagnose und Behandlung von Zahnfleischerkrankungen sprechen und die verschiedenen Verfahren und Techniken erlautern, die zur Werfereinfiertigung stehen. Diagnose von Zahnfleischerkrankungen Zahnfleischerkrankungen werden in der Regel durch Zahnärzte diagnostiziert, die eine GAA 1 viertelendliche Untersuchung des Zahnfleisches durchfahre ein Viertel rennen. Zu den haufigsten Anzeichen und Symptomen von Zahnfleischerkrankungen geharen Zahnfleischbloten, Schwellungen, Bratungen und Zahnfleischraeinviertel CKG. Da Reinviertel BER hinaus kann ihn auch Zahnfleischtaschen, Zahnlockerungen und Mundgeruch auf eine Zahnfleischerkrankung hinweisen. Zahnärzte kann ihn auch verschiedene diagnostische Tests durchfahre ein Viertel um das Ausmai der Zahnfleischerkrankung festzustellen. Dazu geharen rar entgehen Aufnahmen, um den Knochenschwund zu untersuchen und Parodontalsonden, um die Tiefe der Zahnfleischtaschen zu messen. Basierend auf den Ergebnissen dieser Tests kann der Zahnarzt eine genaue Diagnose stellen und einen geeigneten Behandlungsplan erstellen. Behandlung von Zahnfleischerkrankungen Die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen HNGT von der Schwere der Erkrankung ab und kann von einfachen Reinigungsmeinnahmen bis hin zu chirurgischen Eingriffen reichen. Hier sind einige der ganglichsten Behandlungsmethoden FA ein Viertel R Zahnfleischerkrankungen. 1. Professionelle Zahnreinigung Eine regelmaarige professionelle Zahnreinigung ist entscheidend FA ein Viertel R die Prävention und Behandlung von Zahnfleischerkrankungen Durch die Entfernung von Plack und Zahnstein kann in Zahnerärzte dazu beitragen, die Enzeinviertelndung des Zahnfleisches zu reduzieren und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. 2. Skilling und Wurzelplanung Bei fortgeschritteneren Formen von Zahnfleischerkrankungen kann in Zahnerärzte Skilling und Wurzelplanung empfehlen. Dabei werden Zahnstein und Bakterien von der Oberflatschi der Z.A. HNGT und den Wurzeln entfernt, um die Gesundheit des Zahnfleisches wiederherzustellen. Diese Behandlung kann unter artlicher Beta-Ubung durch Gefahr ein Viertel HRT werden und ist in der Regel schmerzlos. 3. Antibiotikatherapie In einigen FA-Len kann in Antibiotika zur Behandlung von Zahnfleischerkrankungen verschrieben werden. Diese Medikamente kann Ihnen helfen, Bakterien im Mund zu bekämpfen und die Enzeinviertelndung des Zahnfleisches zu reduzieren. Antibiotika kann in Form von Tabletten, Gehlen oder Spa-Einviertelungen verabreicht werden und sollten GEMA-Ei den Anweisungen des Zahnarztes eingenommen werden. 4. Chirurgische Eingriffe FA-Einviertel eher schwerwiegendere FA-Len von Zahnfleischerkrankungen kann in chirurgische Eingriffe erforderlich sein. Dazu gehören Verfahren wie die Zahnfleischtransplantation, bei der gesundes Zahnfleischgewebe von einer anderen Stelle im Mund entnommen und an die betroffene Stelle transplantiert wird. 5. Laserbehandlungen Laserbehandlungen werden zunehmend zur Behandlung von Zahnfleischerkrankungen eingesetzt. Laser kann Ihnen dazu beitragen, infizierte Gewebe zu entfernen, Bakterien abzutaten und die Heilung des Zahnfleisches zu FAR. Diese minimalinvasive Technik ist in der Regel schmerzfrei und bietet eine schnellere Genesung. Zusammenfassend La SST sich sagen, dass die Diagnose und Behandlung von Zahnfleischerkrankungen entscheidend FA-Einviertel eher die Mundgesundheit sind. Indem Sie regelmäßig zum Zahnarzt gehen, eine gute Mundhygienepraxis aufrechterhalten und auf Anzeichen von Zahnfleischerkrankungen achten, kann Ihnen Ihr Risiko FA-Einviertel eher ernsthafte gesundheitliche Probleme reduzieren. Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A1Viertel BER die besten Behandlungsoptionen FA-Einviertel eher Ihre individuellen Bäder-Einviertelöffnisse und suchen Sie regelmäßig eine professionelle Zahnreinigung auf, um Ihr Zahnfleisch gesund zu halten.